Ich danke euch vielmals für nun mittlerweile schon über 3000 Abonnenten auf YouTube. Ich danke dir vielmals. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke schön. Danke. Und natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen. Das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Ich habe zwei verschiedene Pakete zusammengestellt. Eins ist wesentlich größer und das andere ein bisschen kleiner. Das größere Paket, das ist für alle Mamas und ihre Kinder. Das ist ja die Mehrzahl meiner Zuschauer. Aber ich weiß, es gibt auch Zuschauer, die keine Kinder haben. Und für die habe ich auch ein kleines Paket zusammengepackt. Und ich zeige euch jetzt am besten, was welches Paket beinhaltet. Und wir starten mit Paket 1, was halt hauptsächlich für Mamas und ihre Kinder gedacht ist. Und dieses Paket enthält zum einen, das hatte ich euch ja schon mal erzählt, dieses Set von Heroes. Das sind die Kettenbausteine. Die lieben wir mit Vince. Wir haben zwei Sets davon. Und das ist jetzt hier das kleinste mit der Schlange. Das ist enthalten. Außerdem ein kleiner Kuschelhase. Dann eine CD von Leo Lausemaus. Dann eine DVD von Millie und Mauns. Das sind ja, das ist ja, da geht es ja um Zahlen und Formen und den spielenden Umgang damit, den spielerischen Umgang damit. Dann noch ein Kinderbuch. Und zwar ist das das Buch ausnahmsweise von Ingrid Sissung aus dem Gerstenberg Verlag. Das haben wir auch und das finde ich richtig, richtig schön. Und für die Mamas habe ich dieses tolle Buch. Das ist Fräulein Klein feiert mit Kindern. Da gibt es ganz, ganz tolle Ideen für Kindergeburtstage oder Feiern mit Kindern. Richtig, richtig gut. Ist aus dem Callaway Verlag. Und dazu habe ich ein Video auf meinem Buchkanal gemacht. Wer sich das nochmal ein bisschen ausführlicher anschauen will, der kann dort mal vorbeischauen. Mein Buchkanal ist ja immer unten in der Infobox verlinkt. Genau. Das könnt ihr also bei Paket Nummer 1 gewinnen. Dieses Buch, das Kinderbuch, die DVD, die CD von Leo Lausemaus, den Kuschelhasen und ein Paket Kettenbausteine. Und ja, für all diejenigen, die keine Mamas sind, für die habe ich auch was Kleines zusammengestellt. Und zwar ist in diesem Paket enthalten aus der Wake Up Spring LE von Essence die beiden Blushes. Auch aus dieser LE diese süßen Haarspangen und dieser Schlüsselanhänger. Außerdem in dem Set enthalten sind Magic Stripes. Das ist quasi ein Lifting für die Augen ohne OP. Finde ich super cool. Dann habe ich hier ein Glanzhaarspray noch dabei und von Balea ein Badesalz. Genau. Das ist Paket Nummer 2. Alles, was ihr tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist einfach nur in den Kommentaren zu schreiben, ob ihr Paket Nummer 1, das für die Mamas, oder Paket Nummer 2 für die Nicht-Mamas gewinnen wollt und welche Videos ihr euch in Zukunft für diesen Kanal wünscht. Ich wünsche euch allen viel Glück und bis zum nächsten Mal. Tschüss!